Hi, hier seht ihr mich mit diesen zwei sehr, sehr, sehr wichtigen Seelenbildern aus meiner Reihe. Rescue, rette die Kinder. Es geht darum, dass wir uns momentan auf zwei unterschiedlichen Zeitschienen oder Zeitlinien befinden und dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass alle Eltern und verantwortungsvolle Menschen, die sich in verantwortungsvollen Positionen in der Pädagogik, Betreuung, aber auch der Finanzierung von Pädagogik und Betreuung befinden, dass diese Personen, Erwachsene, sich nicht nur um ihr eigenes Kind kümmern, also um ihr eigenes inneres Kind und ihre eigenen Kinder, sondern dass sie halt auch ihre Aufgabe, die sie übernommen haben, ihrer Verantwortungsposition jetzt gerecht werden. Wir befinden uns seit 2020 in einer Art Entscheidungsphase und zwar entscheidet ihr euch für die Dunkelheit oder entscheidet ihr euch für das Licht? Und es ist halt so, als würde es momentan zwei parallele Welten geben, die so hier unten, also hier, hier unten quasi noch zusammen waren. Das war noch letztes Jahr, also hier, wo das V ist, unten. Und jetzt langsam driften diese Welten aber auseinander. Das heißt, ihr habt jetzt die einmalige Gelegenheit, euch nochmal zu entscheiden, geht ihr den hellen Weg oder geht ihr den dunklen Weg? Wir sind an einem sehr wichtigen Punkt unserer Menschheitsgeschichte und es zählt jetzt hier nicht mehr das, was andere wollen, sondern das, was ihr wollt. Ihr habt die einzigartige Möglichkeit, euch jetzt zu entscheiden. Und die zweite Sache, die ich sagen möchte, ich habe ja, hatte ja jetzt im März diese Filmreihe, die ich jetzt unter diesem Video verlinken werde, in der ich eine Art Märtyrerin gespielt habe. Ich habe diese Bilder zwar auch mit Unterstützung, würde ich schon sagen, irgendwie von sehr viel Begabung und Talent gemalt und habe diese Filmreihe auch in Zusammenarbeit mit einem sehr, ja, also mit einer sehr einflussreichen und auch, denke ich, positiv denkenden Person rausgebracht, also mit einem Filmemacher. Aber ich möchte euch nochmal sagen, dass die Rolle, die ich dort gespielt habe, das war eine Rolle, eine Märtyrerrolle. Also die habe ich eigentlich nur gespielt, um meine eigene Familienhistorie zu klären und nicht jetzt hier irgendwie Märtyrer für alle zu spielen oder so oder überhaupt jetzt hier irgendwie so ein Gotteskomplex auszuleben oder so ein Märtyrerkomplex und so von wegen der Verurteilung vielleicht von einigen Zuschauern zu stellen, dass ich hier irgendwie irgendwelche Wahnvorstellungen habe oder ja, dass ich mir halt hier die Jesusrolle zugeschrieben habe oder so. Das war nur ein Schauspiel, das habe ich jetzt nur gemacht, um meine eigene Familiengeschichte zu lösen. Das war nur eine Rolle. Und ich bin keine Heilige, ich bin nicht Jesus, ich bin auch keine Märtyrerin und vor allem stelle ich mich nicht über andere Menschen. Ich bin auch kein Channeling-Medium, ich bin einfach nur ich selber. Ich heiße Sarah, Maria, Francis Kugler und ich bin einfach nur ich selber. Und auch in dieser Filmreihe bin ich die ganze Zeit nur ich selber. Ich channel nicht die ganze Zeit irgendwelche Wesen oder sowas. Und durch meine Geschichte, die ich ja jetzt auch in verschiedensten Videoteilen aufgenommen habe, ist ja auch hoffentlich klar geworden, dass meine Geschichte nicht so einfach war und dass dieses Thema des Kinderschutzes einfach durch meine Eigengeschichte entstanden ist. Okay, ich sage euch jetzt die aller, allerwichtigste Botschaft. Weil mein YouTube-Kanal hat eigentlich, also ich habe eigentlich das, was ich wirklich wollte, hat sich erfüllt. Der Grund, warum ich all das gemacht habe, ist nun vorbei. Und ich möchte euch noch eine letzte persönliche Botschaft geben. Warum, wenn ihr euch fragt, warum all diese Bilder, warum all meine teils verwirrenden oder vielleicht auch traurig machenden oder besorgt, misserregenden Videos. Ich wollte nie, dass ihr euch Sorgen macht. Und ich wollte auch nie, dass ihr traurig werdet oder dass ihr euch abwendet. Oder mich persönlich ablehnt. Ich wollte mich auch nicht in den Mittelpunkt stellen oder irgendwie ganz viel Applaus ernten oder vielleicht Geld damit verdienen oder so. Darum ging es mir auch nicht. Ich hatte den Applaus schon als Kind. Ich stand schon als Sechsjähriger und als Sebenjähriger auf der Bühne. Ich stand, bis ich 18 Jahre war, stand ich jedes Jahr total oft auf irgendwelchen Bühnen. Und ich hatte Konzerte und Auftritte und Benissagen und Konzerte. Und ich habe mit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Menschen schon zusammengearbeitet als Kind. Und ich brauche diesen Applaus nicht mehr. Und ich brauche auch keinen Erfolg, keinen Äußeren. Ich bin glücklich, wenn ich meine Bilder male. Und ich bin glücklich, wenn meine Bilder die Personen erreichen, die in diesem Augenblick auf der ähnlichen Schwingungsfrequenz wie ich sich befinden. Und auch wenn meine Bilder, die auf einer bestimmten Schwingungsfrequenz gemalt wurden, die Menschen halt erreichen. Und das kann auch eine Person sein, alle paar Wochen. Und das müssen nicht ganz viele Menschen sein. Und vor allem das Wichtigste ist, dass ich das nicht mache, um Macht zu bekommen. Oder Geld. Oder Prestige. Oder Reichtum. Ich möchte keine Menschen kontrollieren mit meiner Kunst. Und ich möchte nicht andere ausnutzen. Und langfristig möchte ich davon leben, natürlich. Also ich will schon meinen Lebensunterhalt davon machen. Aber ich wollte euch keine Angst machen mit meinen Videos. Und auch nicht mit meiner Kunst, sondern Licht ins Dunkle bringen. Und für die, die jetzt bis zu Ende geguckt haben und die das verstehen, mit diesen zwei Parallelwelten, die gerade auseinander driften, eine geht da, eine geht da, so könnte man es sehen, den möchte ich sagen, entscheidet euch für das Helle, entscheidet euch für das Licht und ihr werdet alles bekommen, was ihr braucht. Alles. Aber entscheidet ihr euch für das Dunkle. Dann wird es sehr hart für euch. Und auch für alle um euch herum. Und ich glaube, die meisten entscheiden sich sowieso für das Licht und für die Liebe und die Hoffnung und das Positive. Und bleibt vor allen Dingen in eurer Liebe. Und fürchtet euch nicht. Und ich bin nicht Jesus.